hallo mein schatz du siehst aber gut aus ihr seht aber alle gut aus guck guck papa steht auf der straße was machen wir denn birthday party feiern heute 18 geburtstag gleich aber habt ihr denn schon bis 12 uhr auf naja dann schauen wir mal aber leider macht alles um 11 uhr wieder zu ja der countdown läuft jetzt so langsam die frauen machen sich schon warm für die aftershow party jetzt gleich bei unserem appartement stattfindet weil hier ohne musik in monaco läuft natürlich überhaupt nichts aber wir machen es noch also wir kriegen schon noch was auf der reihe wir werden ja nicht die geilsten wenn ich wenigstens noch am 18 geburtstag einigermaßen menschen noch mit der aber trotzdem möchte ich dir zeigen dass man zu fürchten schön feiern kann unglaublich aber so schön was sagst du die nächsten fünf minuten noch sagen was ich zu tun habe der boden zauber machen ein bisschen putz das klo putz das klo macht die autosauber macht die autosauber unten steht der ferrari bitte sauber machen aber was denkst du denn welche geschenke werden wir sein wir überlegen gerade welche geschenke der wiener sein können die regenschirme die geschenke mit den ballons vielleicht liegt sie auch eine teddybärdecke damit sie sich gut zudecken kann weil wir beachten wir sind eigentlich wir können nicht viel machen wegen corona wir halten uns an alle regeln wir möchten gerne den strauß habe ich meiner tochter selbst gesteckt zum 18 geburtstag das darf sie gleich ausmachen das ist übersichtlich mit was mit einem 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 ziel alleine zu feiern. Okay, es war nicht so lustig, aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Schwung rein. So, geh raus! Haben wir? Du hörst es beim Lied, dann kannst du die Korken knallen lassen. Ja, wir brauchen nichts. Jetzt kannst du es. Jetzt darfst du es. Und? Nein, da kannst du das nicht draufstellen. Wo ist der Start? Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe die Franchate. Mein Kind mit 18. Mit 18 fängt man an zu fliegen. Schluss mit brav am Boden liegen. Jetzt ist man doch reif und klug und setzt an zum Höhlenflug. Endlich sind sie ab, die Ketten, die dich nervten wie die Kleppen. Mama, hör auf zu weinen. Freiheit schießt dir durch die Ader. Wem es nicht passt, der soll doch habern. Heißt verpissen. Ich darf das gar nicht. Jetzt wird richtig Gas gegeben. Keine Pflicht, nur Freude am Leben. Einfach frisch, fromm, fröhlich, frei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Moment. Doch eines sage ich dir zum Schluss. Das hast du vom Internet. Sag ich dir zum Schluss. Ich rede wahrscheinlich keinen Stuss. Stuss heißt Blödsinn. Das Rettungsboot und Seelenschmaus wird immer sein. Dein Elternhaus. So schön. Mein Schatz, alles Gute. Jetzt bist du voll der Rettungsschmerz. Halt das immer. Ja, das halte ich für immer. Das rahme ich auf. Du darfst eigentlich schon rausnehmen. Oh, Mama, hast du gut gemacht. Du hast schon eine Tochter, die jetzt 18 ist. Hast du so schön gemacht. Da siehst du, dass du in den 18 Jahren nichts falsch gemacht hast. Ich bin so stolz auf Mama. Siehst du, Mama? Mama hat 18 Jahre immer aufgepasst, alles. Du hast alles super gemacht. Du warst eine super gute Mutter. Guck, bist du jetzt noch? Perfekt. Ich habe aber nie Scheiße geworfen. Nein, das stimmt. Guck, Papa hat jetzt auch ein paar Tränen. Auch, dass immer die Sonne scheint. Möglichst wenig Regen, deshalb leben wir ja in der Côte d'Azur. Und wenn es jetzt so viel regnet, kommst du nach Dubai. So, wir machen jetzt mit den Geschenken weiter. Dann gibt es wenigstens ein bisschen lustige Atmosphäre, bevor das Weinen dann am Schluss wiederkommt, weil es nichts gibt. Jetzt ist es zu traurig. Ja, jetzt mach mal was Fröhliches. Die Stimmung ist nicht schön. Die ist am Arsch. Die ist am Arsch. Die Stimmung ist am Arsch. Die Stimmung ist am Arsch. Die Stimmung ist am Arsch. Das gefällt ihren Eltern nicht. Nein. Und der Schwester nicht. Nein. Und der Schwester auch nicht. So, du darfst ja einzeln. Okay, Papa, kommst du mit? Ich komm mit. Komm. Papa, nein. Kannst du mir das jetzt zuerst? Was ist das? Oh, guck mal, sie ist nicht beim Größen. Das ist schon mal gut. Sie ist nicht beim Größen. Oh, das ist cool. Guck mal. Oh, das spielen wir jetzt gleich. Ich bin jetzt fast. Was ist das? Damina, zeig mir. Nein. Du kriegst so einen Elektrik-Schock drin, und das ist falsch so. Oh. Das können wir dann jetzt spielen. Und deine Sätze. Das kann ich auf Msin Bruno. Du kann das hören. Nee. Dana ja hat ein Geschenk. Oh mein Gott. Okay, setz nicht gleich auf den Kopf. Ja. Jätte sich reden, damit sie nicht umfällt. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, deine Lieblingsmarke. Ich finde es schön. Was ist das? Ich bin geschwarzt. Sie werden sehen, es bleibt spannend. Sieht groß verpackt aus, aber es könnte klein sein. Papa würde sagen, es ist zu klein. Aber die kleinen Dinge sind... Oh, die ist schön. Die ist wunderschön. Ich finde die richtig geil. Das kann ich auch so tragen. Handy, Portemonnaie und alles. Hier kannst du die Karten alle reintun. Es hat ein vergrößertes Portemonnaie. Ja, eine vergrößerte Handybox. Sie wollten eine weiße haben. Eine vergrößerte Handybox. Magst du die? Ich liebe die. Ich finde die super. Die kann man auch sitzen. Die ist echt schön. Ja? Ja. Also nicht gesponsert. Die hat Shanaya ganz gekauft. Also das war's. Happy Birthday! 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 Okay, komm. Jetzt. Du bringst dich zum Lacki. Jetzt bin ich. Wie macht man zu Corona? It's my birthday. It's my birthday. It's my birthday. So call me for life. Make it work.